ja ich glaube ich bock Prozent sich der hochbauen ich weiß nicht wirst du eher für ein Haus in der Höhe oder eher ein Haus am Boden er nach dem großen Mann ist nicht ist egal Alter da oben wäre geil aber wie komme ich da hoch ok ok geschrieben weil hier ist überall Wasser das heißt ich muss irgendwie da hoch aber da da begebe ich mich wieder zum Spawn ja ok aber warte wenn die 30 Minuten folgen machen weiß dann darfst du ja zwei Stunden aufnehmen weil man darf maximal 30 Minuten folgen machen ja also ich werde so abwechseln mal 15 Minuten mal 20 recht ich glaube ich werde es mal gleich mal weil also ganz kurz ganz kurz gemutet so so aber geht du weißt das ist bei der Aufnahme dass man dich dann trotzdem hört hat glaube ich zumindest aber ich darf du musst mich erinnern dass ich zweimal rauschneiden muss wie beermatt wenn ihr einmal mein dad reinkommt okay weil wenn du mit dem jüdischen 0 mts ja wer ist gerade reingekommen mein dad hast du draus nicht so ein Schild weil ich mir schon überlegt hab so über meinen über meine Tür mache ich ein Schild wie wie so ja ja ich weiß ich weiß was du meinst ja wie so ist so im Studio so on air das ist glücklich das wird bestimmt geil wissen sie immer meine jetzt haben wir schon so ein Zeichen beispielsweise meine Mutter und mein Vater so rein spickt habe ich jetzt schon Zeichen weil ich höre das ja immer und wenn ich den wenn ich den rechten Zeigefinger hebe dann gehen sie gleich wieder raus das ist immer lustig weil davor sind sie immer reingestimmt vor allem mein Vater hey Juli ist alles gut weißt ja und vor allem mit dem Mikro hörst du jetzt ja alles ja eh das ist ja das Problem also ist die Axt auch schon wieder kaputt ja komm das bäune ab und dann suche ich mir mal einen Platz vielleicht gehe ich auch wieder in die Richtung aber da ist wieder die Stadt oh ich weiß nicht ich weiß jetzt nicht mal wo ich jetzt hier bin da schnappfeln als ich jetzt ganz fertig in Schilden nicht beschrieben ich stelle betreten verboten um zuerst um Erlaubnis fragen was er tut das ja Prozent wenn wir noch in Schäden zu geben mit den Schweden sind bei wem erlaubt es waren er hat die Pfiffen ja oha eh ich komme hier nicht hoch jetzt so boah ich möchte zu gern da oben auf den Berg drauf so wenn die jetzt nicht wissen dass es mir gehört dann haben sie eindeutig Dummheit ich glaube ich gehe noch eine Insel weiter okay soll ich da runter springen ja okay komm YOLO ja okay das schaffe ich ich hätte so gelacht da hast du gestorben ja diesmal habe ich Leertaste benutzt weil davor habe ich sie nicht benutzt warum benutzt du auch deine Leertaste nicht warum ist sie denn da weil ich einfach nur wie ich bin und habe einfach zu spät ist gedrückt also ich bin jetzt auch schon mittlerweile Scheiße ich näher mich glaubt im Spawn oder warte sag mir mal deine ach nee warte dein Z war ja minus 500 glaubt gell genau ja okay ich bin dazu fast bei 100 ich möchte es kann da oben auf den Berg aber ich weiß nicht wie ich da hochkomme ich habe mir so überlegt dass ich da irgendwie so ein Kolpen macht der immer das Wasser an und ausmacht äh ich weiß nicht warum aber ich mache es einfach so ich brauche Erde Dirt jetzt eine vollständige Rüstung Dirt abbauen Alter wie hoch ist denn der Berg bitte Jump and Run hier oben nehme ich auf da habe ich meine eigene Insel so eine kleine Insel habe ich noch einen Strand ich habe alles hier muss ich dann halt nur ich muss nur nach unten graben und dann werde ich da wahrscheinlich schon eine Höhle finden naja ich hoffe es einfach mal Weizen habe ich eigentlich auch genug was mich halt immer nur aufregt du kriegst aus drei Weizen kriegst du halt immer nur ein Brot raus das ist ein bisschen aber das ist auch ein bisschen blöd es gibt doch irgendeinen Mord da musst du das Weizen in den Ofen dann tun dann kommt die dann kommt ein Brot raus wäre auch ein bisschen logischer das wäre ich echt logischer echt bret man ja auch oder Beck oder irgendwas anderes also jetzt mal überlegen hier so gefällt mir das noch nicht also ich möchte hier ein bisschen Holz und so ich muss jetzt erst wieder da nach unten willst du mich verarschen hm so Trissett etwas in in der Stube geschrieben als zumindest versucht wenn ich habe geguckt ach so Leute nicht und dass du jetzt schreibst du bei mir da was ich meine Kräfte nehmen bei mir steht dass du in Skype gerade was schreibst also ich schreib gar nichts also ich bin jetzt am überlegen Ella wird hier nicht ausgehen ich werde erstmal hier ein überall Licht hinsetzen ein bisschen schöner machen ne, schöner machen kann ich nicht mehr machen also ich weiß nicht ich möchte nicht dass die Leute wissen wo ich bin bis jetzt ich kann ja auch mal meine Kultus ausmachen was die ganze Zeit an oder was so ich hab schon Kraft in Tänien ich schnösel nochmal zu meinem Schild also nochmal so ein Schild machen für die Farben das abbauen verboten ist so ich mach mir kleine Doppelchist 1 2 3 4 5 6 7 8 Stacks Holz 9 Stacks Holz ich hab ein bisschen gefahren und so jetzt bräuchten zu bischen zwei Furnatzes kann ich dann mal da hin mach noch zwei weitere führst du mit englischem Text äh ja immer immer mit Deutsch echt ja ne Minecraft kürzt irgendwie ins englische weiß nicht warum Fälle ist ja auch währenddessen ich jetzt hochlade spiel ich immer Ex-Hilo was spielst du dann Ex-Hilo das ist so ein Minecraft Mod Bag ok das ist halt so wie Skyblock nur du kannst da so viele fucking Sachen machen du kannst dir alles erfarmen und das spiel ich jetzt zur Zeit und das macht Spaß mhm nur du musst halt 100 Jahre warten bis die Bäume oder sowas zu wachsen oh weil du mega viel Salz brauchst so Rotten Flash Seeds muss ich anbauen äh äh ich brauche einen Eimer sehr gut oh cool der sieht ja cool aus hä Alter wenn ich jetzt nicht geschäftet hätte wäre ich jetzt tot oh das wäre schlecht das wäre schlecht das wäre schlecht oh äh ich komme hier nicht mehr hoch doch doch jetzt 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 also ich muss erst mal eine Ebenen das geht ja gar nicht man ist einfach mal alles Sachen in irgendeine Truhe verdienen kann ich das ja noch später ich sortiere immer gleich weil dann muss ich es nachher nicht machen aber ich glaube du sortierst ja nicht so gerne oder ne du guckst dann lieber wo ich was und dann ja aber meistens merke ich mir dann eh wo ich irgendwas hab ich komm hier gar nicht hoch ich komm hier gar nicht hoch ich komm hier gar nicht hoch ich mach mir ein zweites Schwert ich komm nur hier hinten hoch willst du mich verarschen und selbst da komm ich nicht richtig oh man mein Aufgang ist scheiße ist es draußen dunkel oder hell dunkel ach so warum ne weil ich grad hab mir gedacht es ist dunkel wusste es dann aber doch nicht mehr und deswegen hab ich dich jetzt gefragt obwohl ich eigentlich nur rausgehen hätte müssen Hä logik ja es es ist Trissys logik genau und das bedeutet so viel wie gar keine Logik hm das stimmt jetzt nicht ganz doch so eine Ho wollte mir ein Schwert machen wie ich hier unten einfach nix sehe wie ich hier unten einfach nix sehe ich glaube ich versetzt es dahin ne hier geht es nicht mehr ich bin zu dumm um hier drei Brote zu machen jetzt habe ich schon vier Brote insgesamt hier sind Schweine auf meiner Treppe jetzt nicht mehr okay also bei Juli ist gerade der Vater drin also nicht wundern ich bin ich bin Vielen Dank.